Jo, die Technik will. Ja, guten Abend zusammen. Torben Sauer hat mein Name. Ich komme von Uni Paderborn. Und vielleicht ist das ein bisschen Premiere für heute Abend, weiß ich nicht. Vielleicht auch so insgesamt im Raum. Ich habe quasi keine Ahnung von Smart Home. Also vielleicht ist Ihnen allen zumindest quasi nicht vorhanden. Das heißt, ich forsche eigentlich im Bereich IT für Feuerwehr, Rettungsdienst, THW und so weiter. Alles, was in dem Bereich ist. Also da ist Smart Home jetzt nur ein Beispiel dafür, was man da drauf anwenden kann. Von daher, da sind Sie die Profis. Ich bin eigentlich Wirtschaftsmartiker von Haus aus. Also in diesen Tiefen, die sich hier absteigen, bin ich nicht wirklich mit drin. Ja, das ist gerade schon gesagt. Wir wollen verbinden Smart Home mit der Feuerwehr. Rettungsdienst und so weiter. Vielleicht kommen wir ganz kurz, vielleicht von denen, die noch dabei sind, sage ich mal. Wer ist denn in dem Bereich unterwegs? Ist irgendjemand in Feuerwehr, Rettungsdienst, THW und so weiter? Einfach einmal. Wir hatten schon mal gesprochen, glaube ich, das hier auch. So kurz, ne? Ja, genau. Ich glaube, ein Kollege auch noch, der ist, glaube ich, gerade hinten in eine Pause. Okay, aber relativ wenig. Smart Home und Feuerwehr. Was kann das wohl nutzen? Du darfst nicht. Das Smart Home hat Daten und die Feuerwehr braucht vielleicht was davon. Hast du eine Idee? Was ist das? Genau so was. Alarmierung, Rohrläden aufmachen, Haustür aufmachen. Genau da sind wir unterwegs. Das heißt, wir wollen gucken, einerseits, welche Daten können wir nehmen aus dem Smart Home und die sinnvoll nutzbar machen für Feuerwehr, Rettungsdienst und so weiter und so fort. Andererseits auch, was kann ich eventuell sinnvoll schalten in einem Smart Home? Kann ich jetzt eine Tür aufmachen? Das ist eines der einfachsten Dinge. Könnte auch sein, ein Lichtzeichen, dass ich weiß, wo ich hin soll als Trupp im verrauchten Haus und so weiter. Gibt es noch mehr Möglichkeiten, geht hin bis zu Rauchlenkung und so. Das wird dann aber teilweise abgefahren. Wie machen wir das Ganze? In einem Forschungsprojekt, nennt sich IRIS, intelligente Rettung im Smart Home. Das Projekt läuft über drei Jahre insgesamt. Das machen wir als Uni Paderborn gemeinsam mit Simcon als Smart Home Experten und Womatec Innovations. Die machen dann quasi die Feuerwehr, sage ich mal, IT-Ecke als Ergänzung. Wir sind eine ziemlich kleine Gruppe, das heißt nur die drei Organisationen eigentlich, die das Ganze machen. Wir haben aber einen ziemlich großen Beirat, das heißt, die kriegen kein Geld und machen freiwillig mit und geben quasi Input und machen Übungen mit uns und so weiter. Was ziemlich wertvoll ist, weil ansonsten wäre das eher so ein Brüten im stillen Kämmerlein, sage ich mal. Wie sieht das Ganze aus? Wir haben irgendwie das Smart Home mit Daten, mit Akturik, mit Sensorik und so weiter. Und wir haben dann auf Feuerwehrseite einmal eine Leitstelle, also da, wo man quasi anruft, hier 1-1-2 anruft, die dann auch quasi die Fahrzeuge alarmiert und die Fahrzeuge bewegt, disponiert und so weiter. Und wir haben dann quasi die Einsatzkräfte vor Ort, die also wirklich dann vor der Haustür stehen und in dieses Haus wollen und wissen wollen, was ist jetzt da Sache, wo finde ich jemanden und so weiter. Da müssen die Daten jetzt irgendwie sinnvoll fließen. Wir müssen die irgendwann auf ein Netz kriegen. Genau. Das wollen wir uns einmal angucken in so einem kleineren Prozess. Das heißt, ich muss ja irgendwie anfangen und schauen, ich brauche irgendwie eine Grundlage, damit ich das machen kann. Was kann so eine Grundlage sein in der Vorbereitung des Ganzen? Das eine ist so etwas wie Haftung und Rechtsfragen und so weiter und so fort. Da kümmern wir uns gemeinsam mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katarrufenhilfe drum. Das ist eher, glaube ich, irrelevant für hier. Das ist eine Folie habe ich von Nils geklaut. Dann brauchen wir irgendwie, wir brauchen irgendwie eine Grundlage. Also was sehr Spannendes ist, zum Beispiel für die Feuerwehr einen Grundriss zu haben. Das heißt, wo ist denn hier was? Wo bewege ich mich überhaupt, wenn das da verraucht und dunkel ist und so weiter. Und dann muss ich ja irgendwie wissen, okay, wo habe ich vielleicht ein Kinderzimmer, wo habe ich vielleicht Besonderheiten und so weiter und so fort. Da habe ich jetzt irgendwann angefangen und so halbautomatisiert eine EFC-Datei auszulesen. Das heißt, so ein Building and Management Model sind so Grundlagen von so einem Gebäude quasi mit drin. Man muss mal so grob weiß, okay, falls es sowas gibt, so und so sieht mein Haus aus. Muss die einzige Lösung sein, man kann es auch quasi per Hand nachbauen, theoretisch, dass ich grob einen Grundriss habe. Aber dann habe ich quasi eine Grundidee, wie das Haus aussieht. Und dann muss ich in dieses Haus hinein ja irgendwie jetzt meine Smart Home Geräte verorten. Das heißt, wenn ich irgendwie Daten auslesen will, sinnvoll, dann muss ich ja wissen, wo befindet sich ein Bewegungsmelder, ein Rauchmelder, Kamera und so weiter und so fort. Das Ganze wird man dann durchaus noch händisch ergänzen müssen. Da bauen die Kollegen gerade auch dran rum, wie man das quasi anschließend so sortieren kann, dass es wirklich hinterher nutzbar ist. Wenn wir es einmal geschafft haben und haben so eine Datengrundlage hinbekommen, dann habe ich eigentlich einen Überblick über dieses Smart Home als Gebäudestruktur insgesamt. Und auch über verbaute Sensorik, Aktorik und vielleicht Besonderheiten, wie genau sowas wie ein Kinderzimmer und so weiter und so fort. Vielleicht eine Gasleitung und so. Achso, wenn Fragen sind, gerne unterbrechen. Also in diesen Flock komme ich immer wieder rein. Also ich muss jetzt nicht durchgehend reden, gerne einfach kurz Fragen oder so. Immerher damit. Jetzt haben wir irgendwann ein Schadensereignis. Ja, das heißt zum Beispiel unten links bricht ein Feuer aus. Was passiert dann? Ich muss es irgendwie detektieren. Da gibt es verschiedene Punkte. Irgendwie heute, okay, gut, Rauchmelder piept. Super. Teilweise gibt es schon aufgeschaltete Rauchmelder, die dann auch quasi Dinge melden. Ist schon, ja, teils gut, teils schlecht. Teilweise freut man sich über zu viele Fehlalarme, weil das Ganze nicht funktioniert. Teilweise ist es ziemlich praktisch. Wir gucken da, was ist da noch möglich detektionsmäßig. Das heißt, die Hauptschwerpunkte sind einmal Personen. Das heißt, im ersten Schritt ist oder war jemand zu Hause vor kurzem noch oder steht die Wohnung seit acht Wochen leer und ich kann halbwegs sicher sein, okay, Leute, ist vermutlich keiner drin. Die gehen trotzdem durch und gucken trotzdem alles nach. Aber es ist ein ganz anderes Herangehen und eine ganz andere Haltung, sag ich mal. Und der zweite Schritt wäre dann extrem spannend, sowas wie raumscharf oder mit so einem Stockwerk scharf zu wissen, wo befand sich zuletzt eine Person. Kommen wir gleich drauf, dass das für die Feuerwehr extrem wichtig ist, so eine Information zu haben. Kann man sich, glaube ich, auch ziemlich einfach denken. Das zweite sind Schadensereignisse. Das heißt, kann sein, es ist ein Feuer ausgebrochen. Kann sein, wo ist es verraucht. Welche Bereiche, wo kann ich nicht mehr durch. Wo können auch die Flüchtenden vielleicht nicht mehr durch. Ja, ist jemand gestürzt, gibt es einen Kurzschluss und so weiter. Unser Fokus liegt auf Feuer, Rauch, die Ecke. Das ist natürlich auch interessant, was quasi an Schadensereignissen so ausgelöst werden kann. Habe ich das detektiert, dann kann ja sonst mal Taum, muss ich Ihnen nicht erzählen, tendenziell schon selbst was tun. Das heißt, automatisch reagieren und Dinge machen. Da gibt es, vermutlich könnten Sie mir jetzt mehr erzählen als ich Ihnen, diverse Ansätze. So was man sagt, man macht alle Rollläden hoch oder man macht alle Fenster, die man auf Kipp stellen kann, stellt man auf Kipp, gibt es, glaube ich, diverse Ansätze zu. Man leuchtet, blinkt, das Haus blinkt schon mal, damit ich als Feuerwehr sehen kann, visuell, ach so, da muss ich hin. Okay, Rauchmelder piept oder Sirene piept, wie auch immer. So was Grundlegendes ist vorhanden. Was wir jetzt machen wollen, ist das Ganze erweitern. Das heißt, wir sprechen jetzt mit Feuerwehren, mit Verbänden, Installationen und so weiter und gucken nach, wie kann man so was in komplexe Aktionen umsetzen. Das heißt, ein reines Piepen sagt mir als Bewohner noch nicht so viel. Sagt mir eigentlich nur, okay, Leute, irgendwas ist hier jetzt los. Teilweise wird es einfach ignoriert mittlerweile. Und Piepen ist halt, mein Gott, es piept schon wieder, ja, gut, danke auch. Das könnte man auch in der Liter machen. Man könnte sagen, okay, bleibe in deinem Schlafzimmer und gehe ans Fenster und winke. Oder gucke doch mal in der Küche nach und gucke, was da los ist. Oder gehe zum Treppenraum A und gehe dann nach unten, wenn man jetzt im Mehrfamilienhaus denkt. Man könnte umliegende Wohnungen wahren, logischerweise, wenn man jetzt an mehrere Smart Homes denkt, die quasi nah beieinander sind. Und spannend wird es dann wirklich bei komplexen Aktionen. Das heißt, so was wie die Haustür öffnen, einen Fluchtweg schaffen, eventuell auch, ja, Dinge schalten zwischen Gefahrenquelle und Person. Das heißt, ich habe einen Brandausbruch in Zimmer A, Person Licht, irgendwie, weiß ich nicht, drei Räume entfernt. Und jetzt könnte es rein taktisch durchaus Sinn machen, dass man sagt, okay, wir schließen eine Zwischentür, sodass der Rauch quasi nicht darüber ziehen kann und die Person nachher an Rauchvergiftung stirbt, sondern dass einfach das Feuer in sich bleibt und das da vor sich hin brennt, das ist nicht weiter schlimm. Und die Person quasi dann ja weniger mit Rauchgas beaufschlacht wird und dann besser gerettet werden kann. Da sind noch diverse andere Ideen, was man alles machen könnte und die Vielfalt ist, glaube ich, relativ breit. Das hier sind jetzt immer so kleine Videoschnipsel von unserer ersten Übung, die wir im Juni gemacht haben. Das heißt, da haben wir erstmal so, ja, halb gefakt, sag ich mal. Das ist ein Smartaum in Paderborn, wo es einfach so eine automatische Schiebetür gibt, aufs Terrasseitig. Dass man sagt, okay, wir machen halt jetzt die Tür auf, das ist simpel, dass wir so gezeigt haben. Mein Gott, das wäre der erste Gedanke. Klingt trivial, ist aber, wenn man an diese teureren Häuser denkt, wo Leute wirklich Geld investiert haben, um einbruchsicher zu sein, ist das gar nicht so verkehrt, weil dann auch die Feuerwehr teilweise ein bisschen länger, bis sie da reinkommt. Jetzt kann es sein, dass man ein Fenster noch wirklich einschlagen kann, aber die Haustür ist dann schon mal nicht mehr so einfach, mal eben zu öffnen. Dauert teilweise dann wirklich, ja, und Zeitverschwendung. Danach geht es weiter Richtung Alarmierung. Das heißt, bisher ist das meistens so, dass ein Rauchmelder irgendwo piept und dann geht irgendjemand, Nachbar, man selbst, sonst irgendwer her, nimmt ein Handy raus und ruft die 112 an und erzählt so grob, was da Sache ist. Baut garantiert mindestens fünf Fehler ein und übertreibt oder untertreibt und die dürfen interpretieren und dürfen versuchen, das richtige Haus rauszufinden und die richtige Einheitenzahl dahin zu schicken, aufgrund von, da ist irgendwas Rauchendes und dann war es nachher noch ein Gartenfeuer. Oder aber das war schon alles im Vollbrand und der Kollege hat gesagt, ja, da ist so ein bisschen, fahr doch mal in die Richtung. Das könnte man natürlich mit so Daten, die man einfach simpel hinterlegen kann, wesentlich verbessern. Mit so einfachen Dingen wie der korrekten Adresse. So doof es klingt, alleine so eine Information ist schon extrem wichtig oder ein GPS-Punkt. Man sagt, okay, da muss ich hin. Klingt trivial, ist aber definitiv nicht so unwichtig. Es gibt durchaus Geschichten von zwei Hauptstraßen, die auf zwei Seiten eines Flusses lagen. Die Feuerwehr war hier und dazwischen war ein Fluss ohne Brücke und die Brücke war viel weiter weg und da war der Brand. Das sind triviale Dinge, aber so etwas ganz Einfaches kann schon helfen. Ergänzbar, um einen Lagerplan, um einen Foto, um einen Bebauungsplan, wo das ist und so weiter. So, dass man die Information relativ gut rüberbekommen kann zur Gefahrenabwehrseite. Vorher kann man noch weiter denken, da ist auch Sumcom gerade unterwegs, ob man vielleicht vorher erstmal eben inzwischen schaltet. Also erstmal Verwandtschaft, Nachbarn und so weiter alarmiert, mich selbst aufs Handy, in Kameras guckt, um nicht gleich die Großalmierung zu starten, sondern langsam anzufangen. Wie kann sowas aussehen? Das ist bei uns eine Leitstelle in Paderborn quasi. Es gibt ja in gewerblichen Gebäuden schon länger Brandmeldeanlagen, wo man dann die Information automatisiert einspielen kann. Da gibt es das alles schon. Da gibt es Gebäudepläne, da gibt es Raumpläne und so weiter. Das könnte man hier genauso machen. Könnte es beispielsweise auf so einer Stützstelle aufspielen lassen, sodass ich nicht telefonieren muss, sondern bekomme automatisch meine Meldung. Bekomme dann die korrekte Adresse und vielleicht auch schon so eine Information wie, ich vermute, da ist noch eine Person drin. Nach fünf Minuten, sag ich mal, im Fahrzeug, kann man sich schon Gedanken darüber machen als Einsatzleiter mindestens. Was ist da Sache? Wie gehe ich da ran? Wo habe ich Zugänge? Was finde ich überhaupt vor? Denen könnte ich dieselbe Meldung zur Verfügung stellen wie eine Leitstelle. Ich könnte sagen, okay, da ist es und so sieht es da aus. Du könntest auch wirklich erweitern, um ein Lagebild vor Ort, um Bild des Hauses. Ich glaube, die Ideen kann man da relativ lang sammeln. Könnte dann so aussehen, dass man auf der Anfahrt schon Informationen auf ein Tablet überspielt. Feuerwehren haben mittlerweile relativ häufig, nicht durchgehend, garantiert nicht, auch schon Tablets in Einsatzleitfaden, die eh gemeldetiert werden, zwecks Informationen für andere Programme und so weiter, wo man einfach schon mal grundlegende Infos darstellen kann. Nicht viel, die haben nicht viel Zeit. Die brauchen nur die Kerninformationen, wo sind meine Zugänge, wo kann ich parken, worauf muss ich achten, was sind vielleicht Besonderheiten. Aber es war schon mal quasi, ja, die Denkarbeit starten kann, Lagererkundung starten kann, bevor ich vor Ort bin. Stichwort Lagererkundung ist bisher ein relativ böses Phänomen, dass ich jetzt Feuerwehr vor so einem Gebäude stehe und habe da eine Blackbox. Das heißt, ich sehe nur, es kommt oben irgendwo Rauch raus. Und vielmehr weiß ich nicht. Lebt da jemand drin? Wenn ja, wie viele, wie lange wohnten die da drin? Keine Ahnung. Das heißt, die Leute laufen rum, fragen Passanten, fragen Nachbarn, fragen Hausmeister. Mit Glück weiß ich schon was, weil ich Leute kenne, wenn ich auf dem Dorf bin, ein bisschen öfter in der Stadt. Das kann man natürlich wesentlich erweitern. Das heißt, wenn ich jetzt hergehe und kann wirklich eine Anzeige machen, mit auf Wunsch Grundrissen der einzelnen Stockwerke, mit Zugangspunkten, wo ich in dieses Gebäude hineinkomme, mit der Vermutung, links oben war eine Person und rechts unten habe ich einen Brand detektiert. Das ist ein, ja, wenn man sowas in zuverlässig hinbekommt, ja, ein Traum für die Einsatzleitung für Feuerwehr. Das ist, das ist, ja, mega gut. Angenommen, unsere Datenvertragung klappt nicht über die Leitstelle oder ich will die Daten gar nicht in die Welt schicken, weil ich Sicherheitsbedenken habe, dann könnte man auch hergehen, könnte das Lagebild quasi erst live vor Ort updaten, indem ich einfach erst ab einem Brand, ab einer Brandmeldung quasi am WLAN aufbaue. Baue ein eigenes WLAN kurz auf, das kostet ja nicht die Welt. Gebe da ein Passwort mit an, was ich dann wirklich nur der Feuerwehr gebe, beziehungsweise der hat das unterlegt oder wie auch immer. Kann man sich jetzt im Detail überlegen, wie es aussehen könnte und kann die Daten so einfach nur vor Ort rausspielen. Die zehn Meter, würde schon reichen. Ich muss das Ganze gar nicht irgendwo hinschicken. Was heißt das? Die Firma Womitech ist auch dabei, habe ich gerade erwähnt. Die bauen für ein Tablet eine Anwendung. Das hier ist ein Prototyp von ein paar Monaten, glaube ich. Das heißt, dass man grob sieht, okay, hier ist ein Lageplan, hier sind meine Zugänge auf der linken Seite, hier sind Aktoren, die kann ich schalten, wenn ich dann möchte. Ja, wo komme ich rein, wo vermute ich eine Person, wo vermute ich ein Feuer. Das wird dann am spannendsten bei einer Bewältigung, das heißt, wenn die Feuerwehr vor Ort ist, dann ist bisher, was ihr von den Vorgehensweisen kennt, man weiß nicht, wo eine Person drin sein sollte. Das heißt, ich will alle Räume absuchen, möglichst gleichmäßig. Das heißt, ich fange im Zweifelsfall linksrum an und gehe linksrum mit meiner Hand an der linken Wand einmal so durch alle Räume. Wenn es verraucht ist, im Kriechgang, mit einem Schlauch und einem zweiten Kollegen und relativ langsam, weil ich robbe da durch die Gegend. Das heißt, so ein Haus abzusuchen, das geht nicht in zwei Minuten, das dauert dann eher 20, bis ich so ein Haus komplett durchsucht habe in allen Ecken. Auch wenn ich schnell da war, bringt mir das auch nichts, solange es wirklich verraucht ist. Bei weniger Verrauchung, klar, komme ich viel schneller vorwärts. Ja, vermutlich eine der abgefahrensten Ideen des Ganzen, wenn ich wirklich so etwas Sinnvolles halten kann und kann mir den Weg, wenn ich weiß, wo die Person ist, ja, schon mal vorzeichnen, ich muss nach rechts oben und fange da an, weil es oben rechts ist die Person, dann gehe ich erst dahin, hole die Person raus, wenn ich eine finde, suche danach den Rest des Gebäudes genauso ab wie immer. Ja, gibt einen Zeitgewinn von höchstwahrscheinlich mehreren Minuten, je nachdem, wo dann die Person ist und wo man sich dann befindet. Ich kann auch hergehen und kann quasi meinen Rettungsweg schon mal rauchfrei machen. Alleine, wenn ich nicht hochkriechen muss oder langsam gehen und mich fälschstern, sondern ich kann zwei Stufen auf einmal nehmen und kann nach oben gehen. Das ist schon ein wesentlicher Unterschied zur normalen Vorgehensweise. Das heißt, wir hatten auch die Übung dann in Paderborn, wo wir es gemacht haben, wo die Feuerwehr dann quasi mit Tabletinformationen durchgegangen ist. Hier war noch ein alter Prototyp, wo man quasi jetzt das Rote, da war das Feuer, das Gelbe war die Person, die vermutet wird, also raumscharf. Und die wurden dann quasi im Einsatz genutzt, die Daten, das heißt also in der Übung genutzt. Das heißt, die Einsatzleiter hat quasi das in Hand gehabt, konnte dann den Leuten erklären, okay, hier ist der Grundriss, wir gehen hier rein, da hinten rechts ist der Raum, da müsst ihr rechts abbiegen, was den Leuten, die da reingehen in diese, ja, in diese unbekannte Welt, ein ganz anderes Bild der Umgebung gibt. Ich weiß, wo ich bin, ich weiß, wo Türen sind und so weiter und so fort. Ja, so dass ich hoffentlich zum Ende des Ganzen einen wesentlichen Zeitgewinn bekommen kann zum normalen Einsatz, sag ich mal so. Damit werde ich einmal durch, das heißt, man kann quasi gucken, was geht da, welche Sandsammlung kann ich nutzen, welche Akteform kann ich benutzen, um Feuerberettungsdienst zu unterstützen. Das Ganze kann ich auch noch nutzen, kam jetzt von mehreren Leuten die Idee, als Schulungsmaterial, das heißt, wenn ich dann wirklich, ja, die Einsatzaufzeichnungen hätte, wenn ich dann analysieren kann, dann kann ich es ja auch benutzen, um damit, ja, Schulungen durchzuführen, Trainings durchzuführen, anhand von realen Einsätzen und nicht anhand von Übungen, die ich mir ausgedacht habe oder auf einmal das Nachbesprechung, dass ich sagen kann, okay, Leute, da war es so, da wäre es hergegangen, man hätte es auch so machen können. Ich glaube, die brauchen wir nicht. Genau, das war einmal jetzt Iris im Kurzabriss. Was machen wir gerade akut? Wir haben Ende März, das heißt, am 22. bis 24. März in Paderborn, Safety Days nennen sich die, Safety Days 2019. Das heißt, wir haben einen Tag einen Fachkongress mit Messe, wo die Präsidenten des THW, des Deutschen Wettbewerbsverbandes und so weiter kommen, das heißt, relativ hohe Tiere aus der Gefahrenabwehrwelt. Ich glaube, spannender für die Runde vielleicht, wir planen von Freitagabend bis Sonntagabend einen 48-Stunden-Hackathon. Wer das Format nicht kennt, kleine Teams arbeiten an, ja, konkreten Fragestellungen, entwickeln Konzepte, entwickeln Prototypen vielleicht, je nachdem, wie viele Programmierkenntnisse vorhanden sind und versuchen quasi IT-Lösungen, IT-Konzepte zu entwickeln, die der Gefahrenabwehr was helfen können. Konkret, also jetzt, was wirklich quasi in die Anwendung fließen kann. Kann jetzt sein, zum Beispiel Serious Gaming, kann sein, 3D-Druck haben wir da, wir werden vermutlich eine Drohnenfirma wirklich haben, da haben VR, AR und so weiter und so fort. Quasi jedes System gibt es quasi einmal ein bisschen abgedeckt, wurde teilweise gesagt, das DRK, das will ich haben, die Feuerwehr sagt, das hätte ich gerne und wir sagen halt, okay, für Iris machen wir auch eine Challenge, so nennen wir das eine Challenge. Das heißt, wir werden da eine Smart Home Challenge machen, wo Symcon quasi auch mit vor Ort ist, wo Humartec mit vor Ort ist, wo wir gemeinsam, ja, in einer kleinen Gruppe von 8, 10, 12 Leuten versuchen wollen, Feuerwehrler, die liefern wir zu, die gibt es bei uns, oder Hilfsorganisationsleute zusammenzubringen, ja, mit IT-Experten. Das heißt, für die Challenge idealerweise Smart Home Experten, das heißt, sie sind direkt in der Zielgruppe, ja, um gemeinsam daran zu arbeiten, was können wir hier einen Schritt weiter machen. Wir haben gestern angefangen zu fachsimpeln darüber, was wir konkret machen können, sind dafür Vorschläge eben offen, was man da denn konkret vor Ort machen könnte, aber wir waren jetzt dabei, dass man eventuell überlegen könnte, welche Regelungen könnte so ein Smart Home wirklich automatisch treffen. Das heißt, dafür braucht man sowohl das Fachwissen dafür, das Fluchtwege, Rettungswege, Feuerwehrtaktiken, wie könnte es funktionieren, als auch das Know-how, okay, was geht überhaupt technisch, was ist da möglich, was könnte man machen. Das heißt, wir könnten gemeinsam daran arbeiten, wie könnte sowas aussehen, welche Regeln könnten wir umsetzen und sowas auch in den Prototypen reinbasteln. Wir haben so ein 3D-Simulations-Tool gerade am Umprobieren, dass man wirklich danach sieht, okay, wenn ich die Regeln befolge, dann passiert das und das, wenn ich die Regeln befolge, passiert das und das. Ein Beispiel kann auch was anderes sein. Genau, das Ganze sind irgendwie drei Tage im März bei uns. Ja, wenn da jemand Interesse dran hat, dann gerne gleich, ich bin noch eine Weile hier, mit Fragen zu löchern und jetzt gleich kurz in der Runde Fragen stellen. Wir freuen uns über jeden, der kommt, der mitmacht. Wir glauben, es wird ganz witzig, also da wir die Gefahrenabwehrseite schon auf sehr hohem Level dabei haben, suchen wir jetzt quasi die IT-Experten jeweils dazu zu holen und würden uns ziemlich freuen, wenn wir da Iris-mäßig oder Smart Hauben-mäßig eine witzige Challenge hinkriegen können. Ich bin durch. Wenn jemand Fragen hat, gerne her damit. Fragen, Anmerkungen, Kommentare? Wenn dem nicht so ist, dann gerne gleich. Bitte. Genau, ja, das sind spannende Fragestellungen. Das erste Gedanke, erste Variante ist, dass man die Daten einmal während noch quasi der Band redetiziert wird, dann einmal einen Snapshot macht, also quasi einmal die Status Quo erfasst, wo habe ich brandweilige Personen und schickt die Daten schon mal zur Leitstelle, sodass ich schon mal sicher habe, egal was quasi danach passiert. Ob irgendwas rausfliegt, sonst irgendwas, ist mir dann anschließend quasi egal. Wenn man es sicher haben will, dann bräuchte man irgendeine USV oder sonst irgendwas. Das ist die einzige Variante, die mir einfällt, um wirklich dann dauerhaft das aufrechterhalten zu können, um Live-Daten zu bekommen. Also, wenn man live vor Ort bleiben möchte. Dann gibt es auch eine spannende... ... ... ... ... Vielen Dank. Ja, ich würde sagen, wir steigen in die internen Diskussionen ein. Schönen Dank. Ich glaube, Paris kommt gleich, dann geht es da weiter.